hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren infovideo vollgepackt mit einigen informationen zum einen erstmal was hat sich jetzt wieder mit dieser id geändert also jetzt ab 11.05 bei uns dann patch 9.2.5 was gibt es dann als da so an infos was passiert gleiches geht natürlich für season 4 die nach offizieller angabe aber noch nicht sofort mit patch 9.2.5 startet und was ich da jetzt alles zusammen gesammelt habe das möchte ich euch einmal vortragen wir starten damit was man jetzt schon sieht mit der aktuellen id jetzt wurde ein kleiner nerf noch beim kerkermeister vorgenommen betrifft aber hier nur den normalen schwierigkeitsgrad hauptsächlich und bei zwei sachen auch den schlachtzugs browser hier wurden zum beispiel jetzt knockbacks also dass man zurückgeschleudert wird und fähigkeiten das wurde verringert dass man nicht so weit weg fliegt oder dass hier phase 30 die trapdoors also dass man da nicht runterfallen kann sich etwas schließt aber jetzt nichts großes wie gesagt kleine änderungen und dann eine eher wichtige info dass hier die obergrenze der eroberung und tapferkeitspunkte aufgehoben wurde das heißt ihr könnt jetzt als beispiel so viel im plus laufen wie ihr wollt und tapferkeitspunkte sammeln und ausrüstung dann auch upgraden so viel eben an punkten gesammelt habt aber es gibt jetzt keine grenze mehr was die woche angeht und noch die dritte info dass der katalysator jetzt den wer brauchen um unsere setteile herzustellen keine abklingzeit mehr von sieben tagen hat sondern noch von vier tagen bzw also alle vier tage eine aufladung bekommt besser gesagt das wurde jetzt auch soweit angepasst dann kommen wir zum patch 9.2.5 mit dem letzten patch jetzt 9.2 haben die droiden ja eine neue reisegestalt bekommen die hier und mit 9.2.5 kommt dann ein neues farbmodell dazu etwas gräulich wem es dann gefällt wer droide spielt kann es dann entsprechend auch anpassen wenn er möchte dann ist ganz wichtig was die m plus dungeons der season angeht es wird nicht mehr die normalen shadowlands dungeons geben so wie man sie kennt zumindest was im plus angeht sondern es wird ein bisschen verteilt wir haben auf jeden fall tasa welchen auch weiterhin mit dabei beide dungeons dann wird es aus bfa mechagon also auch den geteilten mega dungeon geben aus legion dann bei den karasan dungeons und dann noch zwei dungeons von warlords of trainer wo es eine abstimmung gab was auch schon soweit bekannt ist bisher das depot und die eisendogs die entsprechend gewonnen haben das heißt die beiden kommen hier noch hinzu so dass man hier auch wieder acht dungeons zumindest hat für den m plus bereich für season 4 was damit auch aber bedeutet dass es jetzt zwar noch nicht offiziell von blizzard bestätigt worden aber ja macht zumindest sinn dass dem so sein wird dass man für alle dungeons bis auf tasa vash dann nicht mehr den teleport bekommen kann wenn man den schlüssel stein die schlüssel stein stufe 20 in time spielt bei den einzelnen dungeons bekommt man jetzt ja einen erfolg und entsprechend einen teleport zu dem jeweiligen dungeon das wird dann rein theoretisch ab season 4 nicht mehr gehen ist wie gesagt auch noch nicht offiziell bestätigt wurden vielleicht gibt es da noch eine andere möglichkeit dann da ranzukommen das wird man sehen aber es macht sinn dass es dann nicht mehr möglich ist startet wie gesagt aber erst mit season 4 und da der patch vorher kommen wird kann man also auch wenn der patch 9.2.5 dann irgendwann kommt trotzdem da noch die teleports erstmal holen bis dann das offizielle startdatum von season 4 dann bekannt gegeben wurde mit season 4 gibt es natürlich neue item level das heißt höhere item level wir sehen es hier für die dungeons erstmal normaler schwierigkeitsgrad 236 hier ruhig 249 mittel startet bei 262 und geht dann hoch bis auf 304 aus der großen schatzkammer wenn man 15 ertimed zeitwanderung ist hier erstmal von den dungeons auf item level der normalen dungeons mit 236 und rates dann 278 entspricht ja also auch den normalen rates dann in dem sinne und dann wird es die sogenannten fated rates geben da komme ich gleich noch zu also für die rates werden ja auch noch seine möglichkeit geben diese mit affixen zu bestreiten ähnlich wie bei m plus also mit irgendwelchen besonderen schwierigkeiten noch mit dabei und dort ist dann auch das item level entsprechend hier angepasst oder erhöht heißt also schlachzugsbronze aus 265 bis 272 normal 278 bis 285 also die letzten borse geben natürlich mal ein bisschen mehr hier ruhig stand 291 bis 298 und mythisch 304 bis 311 und hier sieht man dann wieder dass die letzten borse das item level dann höher sein wird als das aus dem m plus bereich was man sammeln kann und pvp das gleiche erstmal ihre an sich statt bei 229 das pvp gear geht dann los mit 275 und das abgeld war bis voraussichtlich 301 oder 304 dann muss man sehen vermutlich dann auch noch mal etwas höher als jetzt hier steht noch kurz zum m plus bereich sieht man jetzt noch mal die einzelnen item level es wird in der ersten woche wenn dann season 4 losgeht wie gesagt wird natürlich noch ein bisschen dauern in der ersten woche wieder so sein dass über den 10er dungeons dann also der schlüssel stein stufe plus 10 der loot aus der normalen kiste nicht höher sein wird also es bleibt bei 281 dann aber aus der void wenn man 15 dann geht bekommt man dann 304 und ab der zweiten woche wird sie natürlich angepasst so dass man dann hier bis zu 288 aus den 15 dann bekommt und wie gesagt die volt bleibt natürlich gleich mit der größe das zum m plus bereich dann hatte ich gerade gesagt es gibt hier diese fated rates mit entsprechenden item level und bestimmten affixen sozusagen derzeit sind vier bekannt wird dann ja wenn man dann nach sucht zum beispiel zum schlachzugs browser auch durch dieses symbol dann entsprechend dargestellt diese gibt es dann ja in vier verschiedenen ausführungen der zeit also beziehungsweise vier verschiedene affixe können sozusagen da denn aktiv sein sind sachen wie zusätzlicher schaden das also den man dann bekommt dass da irgendwie barrieren drauf sind hier haben auch was das bewegungsgeschwindigkeit reduziert wird und so weiter das wird sicherlich noch ein bisschen angepasst und gefixt denn so viel war das jetzt ja noch nicht wirklich da getestet werden wir im laufe dann noch sehen was da kommt ob das vielleicht noch erweitert wird und so weiter also wenn da die infos fix sind dann kann man da noch ins detail gehen jetzt sind erst mal ein paar ideen wie sie sie haben nennen wir es mal so aber ähnlich wie im plus bereich wird dann der rate dadurch durch diese affixe dann eben noch etwas schwieriger gemacht hinzu kommt dann noch warum macht man das alles man wird die möglichkeit haben aus allen drei rates sich items kaufen zu können dann gibt es händler in oribos drei stück an der zahl die pro rate dann hier ihre items entsprechend anbieten können anbieten die wir kaufen können so rum aber wird natürlich nicht ganz einfach sein sich das hier zu kaufen weil gerade hier wunderschöne trinkets ja wie zum beispiel hier die seele des urgen kriegers heißt es glaube ich was einmal schön tempo baff gibt das ist natürlich sehr begehrt und kriegt man nicht so einfach wie genau passiert das oder was braucht man dafür man braucht hier diese einheit wovon man nur maximal drei bekommen kann und wie kommt man daran es wird setzen riesen text keine sorge das wichtige steht hier drin es wird dann eine storyline eine quest ein geben mit season 4 drei teile sein also drei quests sind es dann eine reihe wo man bestimmte bosse auf einem fated affix dann eben besiegen muss und dann bekommt man eben mit abschluss dieser quest einen dieser gegenstände sind drei quests daher gibt es drei gegenstände und die kann man dann eben einlösen um sich ein gewünschtes item zu holen aus dem jeweiligen rate wie gesagt nur drei stück ist dann begrenzt mehr geht nicht und man muss eben diese quest machen um das zu bekommen und wenn das dann erfolgt ist dann jetzt muss ich gerade gucken genau kann man auch diese noch upgrade also wenn jetzt zum beispiel diesen fated affix eben auf normal geht dann könnt ihr trotzdem diese items auch auf heroische qualität oder mythische qualität wie sie steht oder schwierigkeitsgrad wo auch immer upgraden durch items die er aus dem weight bekommt 20 stück an der zahl braucht ihr davon so ist es jetzt aktuell heißt also geht dann zum beispiel dann wo dann bei hero schreien habt dann 20 diese items gesammelt und könnt dann entsprechend das ein item was ihr gekauft habt dann aufwerten auf heroische stufe also eben von der gegenstand stufe erhöhen klingt jetzt erstmal alles nicht so verkehrt man muss natürlich ein bisschen was dafür machen wird entsprechend dann aber auch belohnt die sache ist also was hier an der vorteil ist kann man muss ein bisschen was dafür machen aber man kann sich das item einfach aussuchen und es ist begrenzt auf drei also bedeutet auch man kann sich jetzt hier nicht die tasche mit ein items voll hauen sondern muss schon bewusst auswählen welches item schnappt man sich dann ja und mal schauen wie sich das entwickelt sie haben ja selber geschrieben dass sie das erstmal so testen wollen wie das denn ankommt wie das alles so funktioniert und wird dann vielleicht eine dauerhafte sache so wie das auch beim im plus bereich ist und schauen wir uns das mal an wie das dann wird im plus an sich bleibt alles gleich sie sind vier affix gab es auch schon erste infos aber auch alles noch nicht so richtig warten wir noch ab was denn da kommt wenn wir da mehr zu wissen ja und das sind jetzt die infos die ich euch mitgeben wollte danke euch wie immer fürs einschalten und sage bis zum nächsten mal